Wie wichtig ist eine Eignungsabklärung? In einem Bewerbungsdossier für eine Lehrstelle gehört sie nebst der Entzügnisnoten und der Bewerbungsschreiben meistens dazu. Aber wie aussagekräftig ist so eine Eignungsabklärung für mich als Lehrbetrieb? Meine heutigen beiden Gäste sind Experte in diesem Bereich und entwickeln selber Eignungsabklärungen. Ich bin Marc Putschert und das ist die 10. Folge von Inside Berufsbildung. Hallo Hans-Peter, hallo René, schön sind Sie beide hier. Merci für die Einladung. Merci für die Einladung, ja. Könnt ihr euch kurz vorstellen, was macht ihr genau in eurem Alltag, Hans-Peter? Also ich bin Berufs- und Laufbahnberater, habe eine längere Karriere hängen. Ich habe zuerst Beruf geklärt, Maschinenzeichner. Ich habe dann Matur gemacht, Psychologie studiert und ich arbeite jetzt als Berufs- und Laufbahnberater. Neben den ganz normalen Beratungen, die ich durchführe, mithelfe ich, Tests zu entwickeln, Aufgaben zu entwickeln und die dann in den Tests bringen. Und du, René? Ich bin Berufs- und Studienberater, habe eine Zusatzausbildung als Sportpsychologe gemacht. Ich bin auch noch Berufsbildner. Seit gut 30 Jahren arbeite ich Eignungsabklärungen. Ich bin Gründer von Multichack und habe mit meinem Kollegen Hans-Peter auch den Berufs-Check von Justi konzipiert. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung für das heutige Gespräch. Und wenn ich zurückdenke an meine Berufswahl, zum Thema Eignungsabklärung kommt mir so in den Sinn. Ein grosses Klassenzimmer, 20, 30 Jugendliche in einem Raum. Die Pulse sind so abgetrennt mit Kartonwände und alle sitzen auf einem PC und müssen über mehrere Stunden verschiedene Aufgaben lösen. Er hat auch dazumal so ein bisschen Stress ausgelöst. Nachher war er mehr erschöpft. Und ich glaube, viele stellen sich so eine Eignungsabklärung vor in einem klassischen Testcenter. Wir werden heute aber ein bisschen anschauen, was es für verschiedene Arten gibt. Und vor allem spannend, heute auch ein bisschen zu anschauen, wie aussagekräftig so eine Eignungsabklärung ist. Und auch, wie soll man dann als Lehrbetrieb mit dem Resultat umgehen. Das sind so die Fragen, die ich heute mit euch beantworten möchte. Ich möchte aber so ein bisschen zum Start darauf eingehen, wie ist das Ganze entstanden? Also wieso hat es überhaupt eine Eignungsabklärung gebraucht? Also es ist so, dass Berufsbildner auf uns zukommen, um Eignungsabklärungen zu machen, weil sie Schwierigkeiten hatten mit Zeugnis. Weil je nach Schulhaus, je nach Lehrer, die Zeugnisse sehen ein bisschen anders aus. Und das ist schwierig, das zu vergleichen zu machen. Und eine Eignungsabklärung, die überall in der Schweiz genau gleich ist, die kann man dann auch wirklich vergleichen. Und das Ziel war eigentlich, wie eine schweizweite Abklärung zu machen, die man dann aber auch alle brauchen, sozusagen. Genau, ja. Und wann hat das angefangen? Oder wann war das Start? Das war 1996. Da haben wir angefangen. Und zwar mit der Ascom. Die ist auf uns zukommen, so wie Hans-Peter vorhin gesagt hat. Und dann sind wir in die Entwicklung hineingegangen. Zuerst Papier-Bleinstift. Und wir hatten die Möglichkeit, das mit einem Informatiker auch mit einem Laptop bzw. mit den PCs zu machen. Das war eigentlich der Einstieg im 1996. Ab 2000 haben wir das immer besser machen können. Es gab dann noch andere Leute, wie der Basic-Check, der dann in der gleichen Zeit gerade angefangen hat. Gut, jetzt kann man sagen, inzwischen, nach über 25 Jahren, ist das klar etabliert. Das hinterfragt eigentlich auch niemand mehr. Kannst du gleich kurz einen Überblick geben, Hans-Peter, was wird so geprüft in einer klassischen Eignungsabklärung? Genau, ich nehme jetzt das Beispiel vom Berufscheck. Dort haben wir einerseits die sogenannten Fachkompetenzen. Das sind grundsätzlich mal Schulfächer, also üblich Deutsch, Französisch, Englisch. Denn Mathematik ist sehr wichtig, nach Sachrechnen, Algebra und Geometrie. Und neu ist auch drin Hörverständnis. Weil das merken wir, dass das oft ein Problem ist, zuhören und dann wirklich zu verstehen, was da eigentlich gefragt ist. Dazu kommen auch Potenzialaufgaben. Also das ist Konzentration, Logik, die Merkfähigkeit sehr wichtig, Probleme lösen und räumliches Vorstellungsvermögen. Und ganz neu beim Berufscheck sind die Handlungskompetenzen. Was ist eigentlich der Grossteil, den man in der Schule hat, den man eigentlich auch so prüfen sollte? Oder auch gewisse Sachen, die weitergehen, also nur die schulischen Fächer in dem Sinne? Es geht weiter als die schulischen Fächer, weil die Sachen, die ich nicht so als Potenzial bezeichnet habe, sind die Sachen, die hinter dem Lehren stehen, wenn man sich nicht konzentrieren kann, wenn man nicht logisch denken kann, dann wird es auch schwierig, auch wirklich Aufgaben zu lösen. Und darum sind die jedenfalls für mich fast wichtiger als die Schulfächer. Wenn das Potenzial da ist, dann kann man Schule vielleicht auch noch etwas besser machen, noch mehr Lehren. Wenn das fehlt, dann wird es schwierig. Und es gibt ja berufsspezifische und ganz allgemeine Eignungsabklärungen. Und ich nehme an, du hast jetzt eher von einem allgemeinen Beispiel geredet, mit den verschiedenen Arten, die es gibt. Wo liegt denn der Unterschied zu den berufsspezifischen oder auch wieso gibt es eine berufsspezifische Eignungsabklärung? Ja, berufsspezifisch ist vor allem beim Multi-Check. Der macht das. Das ist aber dort schon ein bisschen fraglich, und zwar aus dem Grund, wie zum Beispiel im technischen Multi-Check. Da hat es Berufe vom Zeichner zum Konstrukteur, zum Uhrmacher. Und da frage ich mich nachher schon, ob das wirklich relevant sein kann. Oder dass du die gleichen Fragen für ganz verschiedene Berufe stellst. Jetzt hast du den Multi-Check schon angesprochen. Vielleicht könnten wir kurz einen Überblick geben über so ein bisschen die Check-Landschaft. Oder was sind so die gängigsten Eignungsabklärungen, die es gibt? Ich glaube, was du vorhin schon erwähnt hast, du hast von der Schule selber, von deiner Schule Zeitverzählt, wo du im Klassenzimmer bist, habt ihr wahrscheinlich einen Stellwächter-Test gemacht. Mit grösster Wahrscheinlichkeit. Und das ist ein adaptiver Test. Das ist nicht zu vergleichen mit den Eignungsabklärungen von Basic-Check, Multi-Check oder Berufs-Check. Sondern adaptiv heisst es nachher, der Test hört einfach dort auf, wo der Schüler nicht mehr weiter kann. Also er passt sich einfach dort genau an. Weil du mal bei der Algebra bis zu den Brüchen kommst. Aber dann geht es weiter. Dort hört er einfach nachher auf. Dann wird es noch schwierig, das umzubasteln, wie es so schön heisst, nachher in einen Beruf hinein. Sie haben Job-Skills. Und was interessant ist, der Stellwächter-Test tut Deutsch, Franz, Englisch und Mathe prüfen. Die Sachen, die vorhin der Kollege gesagt hat, der Hans-Peter, das Potenzial wird nicht gemacht. Ab diesem Schuljahr, 2020-23, ist zusätzlich in das Neue auch Bio, Chemie und Physik, die getestet werden. Also heisst das, dass der Stellwächter bezieht sich wirklich auf die schulischen Fächer in diesem Sinn? Ganz eindeutig. Ja, von dem geht man aus. Er hat aber so eine gute Sache. Weil der Lehrer, je nachdem wie ein Schüler gewisse Mankos hat, gewisse Sachen noch nicht so hat, kann er das mit ihm auch üben. Das hat auch seinen Vorteil. Und dann hast du gesagt, der Multi-Check, der in einem Beruf spezifisch ist und Basic-Check hast du auch noch angesprochen. Der Basic-Check, das ist wieder etwas ganz anderes noch. Der tut vor allem Deutsch, Mathe, ungefähr 80 bis 90 Minuten durch den Mathe testen, Englisch testen und so Lösungsverhalten. Das ist nicht zu vergleichen mit einem Multi-Check. Gut, eben sehr matt bezogen. Ich glaube, das ist noch ein wichtiges Stichwort für den Basic-Check. Und den Berufs-Check, am Anfang hast du auch schon angesprochen, Hans-Peter, wir werden da auch sicher heute noch etwas vertieft darauf eingehen. Mir ist auch wichtig, dass wir einen Überblick haben zu diesen verschiedenen Eigensabklärungen. Aber generell die Frage, wieso gibt es denn auch überhaupt jetzt verschiedene Eigensabklärungen? Ich habe vorhin noch etwas vergessen. Es geht in der Nordwest-Schweiz, das ist Konton-Solodon, Argo und Beide Basel, gibt es noch den Check P5 und so weiter. Das ist auch rein für schulische Sachen. Das habe ich noch vergessen. Das gehört auch noch dazu. Geht aber nicht in die berufliche Seite. Und das ist jetzt der Basic-Check, der Multi-Check und der Berufs-Check natürlich, wo richtig berufliche Abklärungen gehen. Stellwegtest und der Check in der Nordwest-Schweiz sicher nicht. Also gibt es eigentlich eine schulische Abklärung und dann eher eine berufsbezogene Abklärung. Ganz genau, ja. Gut, wir haben jetzt einen Überblick zur Landschaft der Eigensabklärungen. Was ist denn, Hans-Peter, der wichtigste Grund, wieso sollte man als Lehrbetrieb eine Eigensabklärung einsetzen? Es ist einerseits eine Möglichkeit, eben, wie ich schon vorher gesagt habe, einen Vergleich zu haben, wo wirklich alle, die sich bewerben, für die genau gleich ist. Und es gibt eben die Möglichkeit, eben verschiedene Punkte, wie ich es schon erwähnt habe, abzuchecken und auch zu entscheiden, ob die wirklich die Anforderungen erfüllen, wo man es erfüllen sollte, damit man beruflich anfangen kann. Also du sagst, es geht um die Anforderungen, also es sollte bei der Selektion auch eine Hilfe sein oder eine Unterstützung sein? Auf jeden Fall, ja, genau. Und würdest du sagen, das ist notwendig, jetzt hat man schon die Noten, man hat vielleicht das Vorstellungsgespräch, man hat noch das Schnuppern, also man hat schon verschiedene Faktoren. Wieso braucht es das noch zusätzlich? Es ist ja, wie ich am Anfang so ein bisschen gesagt habe, oft muss es auch noch ein bisschen Stress wieder für die Jugendlichen, die machen das vielleicht nicht auch immer gern. Wieso braucht es das noch? Es ist einfach ein Punkt bei dem ganzen Auswahlprozedere. Ganz wichtig ist sicher auch die Schnupperlehre neben der Bewerbung, neben der Zeugnis. Aber, wie ich schon gesagt habe, eine Eignungsabklärung, die gibt dann die Möglichkeit, wirklich ein Vergleichsinstrument zu haben, das für alle zusammen identisch ist. Wo alle zusammen mit den genau gleichen Voraussetzungen die Abklärung machen können, wo man sieht, was sie dort leisten können. Natürlich, es ist eine Momentaufnahme, die nicht unbedingt für alle zusammen immer ideal ist, aber es ist ein Punkt im ganzen Bewerbungsprozedere, den ich wichtig finde. Ja, Hans-Peter, das ist etwas ganz Wichtiges, eine Momentaufnahme. Und das ist irgendwie etwas Wichtiges, als am Anfang gesagt, die Einleitung mag, oder vielleicht bin ich schlecht aufgelegt. Irgendetwas ist nicht gut gegangen und so, dann kann der Test natürlich oder der Check schlecht rauskommen. Und das ist wirklich ganz schwierig, oder für einen Jugendlichen, und dann ist das ein Teil in diesem Puzzle und nicht mehr. Und es gibt Betriebe, also vor allem kleinere Betriebe, die das mal anschauen, wie sie ihn überhaupt verlangen, bei Grossbetrieben, und das ist manchmal ein bisschen fraglich, zu dem stehe ich auch, wird eine Vorselektion gemacht. Dass man sagt, okay, du musst, ich sage jetzt mal, 50, 60 Punkte haben, oder je nachdem, und sonst kommst du gar nicht in die Grenze. Und das kann relativ schwierig werden, für einen Jugendlichen nachher überhaupt eine Lehrstelle zu kriegen. Es ist schon kritisch, wie so eine Heidungsabklärung gebraucht wird, um zu entscheiden, ob jemand überhaupt eine Schnupperlehre machen darf, oder nicht. Das finde ich ganz falsch. Also Schnupperlehre soll eigentlich jeder, der interessiert ist, dürfen machen. Und das soll nicht schon mit einer Heidungsabklärung selektioniert werden, ob ich jetzt darf schnuppern oder nicht. Die Momentaufnahme, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, das gehört man schnell einmal, wenn es jetzt darum geht, oder wenn jemand es kritisch sieht. Aber ich würde eigentlich sagen, es ist nicht weiter dramatisch, solange man das nicht überbewertet, das Ergebnis. Genau, das ist echt entscheidend. Es ist wirklich ein Punkt im ganzen Bewerbungsverfahren. Und was ganz kritisch ist, wenn man so Gesamtwerten nimmt, du sagst so quasi, ich möchte 61 Punkte und du hast jetzt 59 Punkte, also kommst du nicht in die Frage. Das ist ganz falsch. Man muss wirklich Detail anschauen und das auch mit dem zukünftigen Lernenden zusammen anschauen, warum ist jetzt irgendwo vielleicht das Resultat nicht so gut gewesen, was ist da passiert, warum gibt es da Diskrepanzen zu den Zügnisnoten, dass die so höher klären können. Und eben dann wieder vergleichen mit allen anderen Steps, die man hat. Ich habe noch etwas als Ergänzung, nicht wegen der Momentaufnahme, Swisscom zum Beispiel und andere Firmen werden einem nachgehen, die wollen keinen Multi-Check mehr. Die wollen gar keine Eignungsabklärung mehr. Das ist ganz neu, was sie jetzt anfangen. Sie führen online Interviews, Fragen gestellt werden, haben sie Minuten Zeit zu überlegen und dann können sie gleich antworten. Und dann gibt es ohne Vorselektion und dann werden die, wenn sie finden, oh, der passt ins Schema, das, was wir wollen, das Rasten von Swisscom, werden sie nachher eingeladen zu Interviews, zu Präsentationen, aber die Schuhzeugnisse oder Multi-Check oder was für Tests werden nicht mehr kommen. Das ist ein Versuch, was sie jetzt angefangen haben. Was würde etwas dagegen sprechen, wenn nicht, wie, ich sage, jetzt jede Firma, oder jetzt Klein- oder Grossbetrieb oder als Verband sagt, hey, ich mache meinen eigenen Check, ich habe genau meine eigenen Anforderungen und kann das so dann ganz genau prüfen? Da spricht nichts dagegen, das darf jeder auf jeden Fall machen. Einfach ein Punkt ist vielleicht, da denke ich jetzt zurück an meine eigene Berufswahl, ich habe mich an verschiedenen Orten beworben, habe jedem Ort einen Test absolvieren und zum Teil sind dann die Aufgaben oder die Fragen, die da sind, identisch gewesen. Das heisst, man kann sich dann immer besser darauf vorbereiten und mit der Zeit weiss man ja ungefähr, was gefragt wird, was für Antworten erwartet werden und bei den Tests welche Aufgaben das kommen, die kann man ein bisschen üben vorher. Was mich jetzt auch noch ein bisschen verwundert, ihr habt eben die Eigenschaftsabklärung auch mitentwickelt, die sind da sehr nahe, ihr kennt die ganze Landschaft, was würdet ihr denn einem Betrieb empfehlen, wo setzt er den idealerweise ein, verlangt man den Gott, wenn jemand sich bewirbt oder später? Also ich persönlich finde, während dem Schnuppern, wie zum Beispiel, ich will die Serie vom Berufscheck reden, aber das finde ich eine ganz gute Sache, erstens übrigens auch kostenlos für den Schüler, wenn einer geht um den Schnuppern oder einer geht um den Schnuppern, dann kannst du während dem Schnuppern den Berufscheck, den unter 90 Minuten geht, einsetzen. Und das ist auch der Druck wieder fortgenommen und das finde ich eine ganz gute Möglichkeit. Und vor allem gibt es nicht den Tourismus eigentlich auch noch, wenn du jetzt nicht, ich sage jetzt mal, Detailhandelsfach frohest werden oder jetzt plötzlich ins KV gehen möchtest, dann musst du nicht verschiedene Tests machen, du machst einen und fertig. Und dann wird das Resultat dementsprechend ausgedrückt. Gut, ich würde sagen, wir gehen am besten gar noch ein bisschen neuer darauf ein, auf den Berufscheck, den du jetzt angesprochen hast. Ihr seid ja auch Gründer von MultiCheck, wo eben ein berufsspezifischer Test ist, das heisst, da muss man unter Umständen auch, wenn man sich für verschiedene Branchen bewirbt, entsprechend macht man auch verschiedene Abklärungen. Und doch habt ihr auch noch eine weitere Eignungsabklärung entwickelt. Wieso habt ihr gesagt, braucht es noch den Berufscheck? Ja, die Idee ist, weil es hier einen sogenannten Berufsprozess ist, Berufswahlprozess. Und das fängt an mit dem Berufsfinder, der auch entwickelt wurde, den wir übrigens auch noch mitgeholfen haben. Und dann, wie du siehst, es geht in die Richtung, kannst du während dem Schnuppern den Berufscheck machen. Und das ist eine ganz gute Möglichkeit. Du bist nicht gezwungen, irgendein Testcenter zu gehen. Du kannst den auch online machen. Und interessanterweise auch der Berufsbildner, die Berufsbildnerin weiss auch, kennt auch die Aufgaben, die dort drin ist und kann ganz gut abschätzen, braucht es jetzt das in ihrem Beruf oder braucht es das nicht. Du kannst den online machen, hast du gesagt. Das ist eigentlich ein einheitlicher Test in dem Sinn. Ganz genau, ja. Genau. Und du kannst auch eben Auswertungen machen für verschiedene Berufe. also das heisst eben nicht, du musst verschiedene Tests machen, weder jetzt zum Beispiel vom KV auf einen technischen Beruf wechseln. Du kannst mit dem genaueigen Test auswerten für KV, für einen technischen Beruf, zum Beispiel für Informatiker und bekommst ein aussagekräftiges Resultat. Das heisst schlussendlich, der Jugendliche, der sich für Coiffeuse oder Coiffeur Lehrstelle bewirbt, macht den gleichen Test wie auch die Person, die sich für Polymech Lehrstelle bewirbt. Ist das gleich aussagekräftig oder wieso haben Sie keine spezifischen Fragen über die Branche oder über den Beruf? Es ist trotzdem aussagekräftig, weil wir hinterher hinterlegt Anforderungen für jeden Beruf und dann sieht man auch, dass zum Beispiel Algebra für einen Coiffeuse vollkommen unwichtig ist, also wird das auch nicht berücksichtigt im Testresultat. So kann man gleich mit dem gleichen Test Aussagen machen, sei das zu Coiffeuse oder zu Polymech. Ich habe noch eine Ergänzung, du hast vorhin online gesagt, wir haben das ausgetestet, manchmal wird man angegriffen, online kann man bescheissen, man kann schmuggeln von dem her. Und das haben wir mit Klassen auch gemacht, zu schauen, zum Beispiel Schmerkfreiheit, da hast du 50 Sekunden Zeit, 32 verschiedene Symbole kennenzulernen, Auswendung zu lernen und dann haben wir gesagt, du kannst mit dem Handy ein Foto machen und die anderen nicht. Und was ist rausgekommen? Die, die das Foto machen mit dem Handy, sind schlechter gewesen. Bis sie das gemacht, bis sie geantwortet, war die Zeit schon lange durch. Auf welche Art kann man den Berufscheck überall einsetzen? Er wird grundsätzlich online gemacht? Ja. Und als Lehrbetrieb habe ich freie Wahlen, im Bewerbungsprozess integrieren? Jederzeit, ja. Also normalerweise während der Schnupperlehrer wird das dann gemacht, sei das am letzten Tag oder am letzten Tag, um dass der Berufsbild die Möglichkeit hat, mit dem Lernenden, eventuellen Lernenden, das anzuschauen. Und sagen, schau, das, was du hier gemacht hast, während der Schnupper, das hat mir irrsinnig gefallen, du siehst, aber im Mathe oder im Sachrechnen bist du noch nicht so optimal. Du kannst sagen, okay, ich gebe dir drei Monate Zeit, das ein bisschen aufarbeiten und ich kann zum Beispiel zum Betrieb zurückgehen und zeigen, was er im Rechnen noch gemacht hat. Das ist eine ganz gute Möglichkeit. Es geht eigentlich den Berufsbild an, was auch die verschiedenen Abklärungen sind, aufzuzeigen, was kann ich gut, wo sind meine Stärken und wo ich eventuell noch Lücken erschliessen. Das ist die Idee dahinter. Also sowohl sollte eine Eigensabklärung am Jugendlichen helfen, aber auch gleichzeitig der Firma. Ganz genau. Das ist auch in jeder Hände, die wir beim Berufscheck verfolgen wollten. Und das ich vorhin noch vergessen habe, der zeitliche Rahmen ist ganz wesentlich. Bei anderen Abklärungen geht das bis vier Stunden, beim Berufscheck 90 Minuten. Und wir verglichen mit anderen Abklärungen, wie zum Beispiel Multi-Check bei den Rohdaten, das war fast identisch am Schluss. Das ist wirklich noch interessant, das war für uns aussagekräftig. Also obwohl er kürzer ist. Obwohl er kürzer ist, ja. Und aus Sicht des Jugendlichen ist es, also klar, ich denke, der Zeitfaktor ist kein, man macht lieber eine Eigensabklärung an 90 Minuten als an vier Stunden. Oder auch Stellwächsinn an mehreren Nehmittagen. Ganz genau, ja. Hat es für die Jugendliche auch noch einen Vorteil oder nimmt es den Druck raus? Ich denke, ein Teil nimmt den Druck raus, ganz klar. Und ich kann mich erinnern, als ich noch so jung war, wie das war, normal ist man die 30, eine halbe Stunde gut konzentrieren und je länger das bekommt, schon so, zwischen geht es nicht gut, du weisst nicht was alles. Das von der Konzentration an, vier Stunden statt anderthalb Stunden, das sind gewaltige Unterschiede. Das darf man einfach nicht vergessen, nicht vernachlässigen. Und ich glaube, wichtig ist ja dass es für mich als Lehrbetriebsergebnis aussagekräftig ist. Und ich denke, solange das gewährleistet ist, ist es natürlich auch schön, wenn der Jugendliche ein bisschen weniger Stress und Druck hat in dem Moment. Es sind ja schon viele Sachen in der ganzen Berufsfall, die auf einem zukommen. Ja, aber vielleicht als abschliessende Frage auch an euch, würdet ihr sagen, es sind jetzt über 25 Jahre, 1996 gestartet, würdet ihr sagen, es ist für jede Firma, es muss eine Eignungsabklärung einzusetzen, egal ob es das Ergebnis ist, nur vom Stellwerk oder den Berufscheck oder noch einen Multi-Check-Team zu haben. Es ist meines Erachtens nicht ein Muss. Es darf jeder selber entscheiden, ob er eine Eignungsabklärung machen möchte oder nicht. Es gibt Berufe, erinnere mich an jemanden, der Forstwart geklärt hat, der ist hinzugegangen, hat mal geschnuppert und am Schluss von Schnuppern hat der Lehrmeister gesagt, okay, ist gut, kannst du nächstes Jahr bei mir anfangen. Dort hat es keinen Sinn gemacht, jetzt den noch durch einen Multi-Check oder Berufs-Check oder einen anderen Check durchzujagen. Also es ist wirklich jedem Berufsbildner über entscheiden, will ich das, will ich auf so etwas schauen oder will ich lieber meine eigenen Ich habe ja relativ viele Praktikantinnen und Praktikanten von der Sportschule und ich habe dann, wie sie angefangen haben, einen Check zu machen, meistens ein Multi-Check oder weiss nicht was, und ich habe das verglichen, wie sie die Lehre gemacht haben. Das ist interessant, das hat vielfach gar nicht gestimmt. Wie kannst du bei 14-15-Jährigen schon voraussehen, wie das am Schluss beim QV soll sein? Und das entwickelt sich immer einfach während der Lehre nachdenken, wo du als Brustbeer oder als Brustbeer nicht dementsprechend die Leute, wenn sie Schwierigkeiten haben, unterstützen. Ich glaube, das ist viel wichtiger. Und ich habe vielfach, du übrigens Hans-Peter auch, wir haben einen Buchentscheid getroffen. Mit dem können wir es durch sein und es nie die besten von den Schulzeugnissen. Mit denen hatten wir viel bessere Erfahrungen. Genau, das ist auch noch so ein Punkt. Oder jetzt machen die den Test oder das ganze Rekrutierungsverfahren. Das ist etwa ein Jahr, bevor sie überhaupt Lehre anfängt. Aber in diesem Jahr entwickelt sich die Person noch viel weiter. Es ist nicht gesagt, dass ein Jahr später genau der Gleichmensch vor der Türe steht, wie man dann ausgesucht. Einfach weil sich Persönlichkeit verändert, weil sich Persönlichkeit noch entwickelt. Wenn ich das zusammenfassen müsste, würde ich sagen, es ist grundsätzlich ein hilfreiches Instrument sein, solange man das nicht überwertet, so eine Ereignungsabklärung. Ich denke aber, am Ende des Tages ist immer das Ziel der Perfect Match zwischen Jugendlichen und Lehrbetrieb. Es kann einem Jugendlichen zum einen helfen, auch bei der Orientierung oder zum Wissen, wo stehe ich im Vergleich zu dem Beruf. Und gleichzeitig für den Lehrbetrieb auch als Auswahlhilfe. Und ich glaube, so, wie ihr auch schon gesagt habt, als Puzzleteil, wenn man das Ganze als Puzzleteil anschaut, dann kann das sehr unterstützen. Und so komme ich auch schon zu den letzten Fragen an euch beide. Und das wäre, was ist euer persönlicher Wunsch für die Zukunft in der Berufsbildung? Hans-Veter. Ich denke, ganz entscheidend ist, dass es wirklich die Berufsbildung fördert wird, dass viele Leute Berufe lernen und nicht jeder denkt, ich muss jetzt die Matur machen und studieren, weil man immer vom Fachkräftemangel und das sind nicht nur die Leute, die studiert haben, sondern das sind auch Handwerker, die ganz wichtig sind, sonst würde viel in unserem täglich Leben nicht mehr funktionieren. Und da sollte man wirklich schauen, den Berufslehrer noch mehr aufzuwerten, dass sie einen wichtigen Stellenwert haben, in unserem ganzen Arbeitsleben. Also diesen Worten kann ich mich nur anschliessen. Ich habe vielleicht noch etwas, wenn ein EFZ oder eine Frau das EFZ gemacht hat. Wir sind auch weiterbeutigend oder zusätzliche Ausbildung gemacht, dass noch mehr finanzielle Hilfe kommt. Im Moment ist 50% gegeben. Ich denke, aber dort müssen wir unbedingt noch zusätzlich finanzielle Hilfe geben. Ich danke euch beiden vielmals für das Gespräch und für euren wertvollen Einsatz auch für die duale Berufsbildung. Und auch danke allen vielmals fürs Zuhören und ich hoffe, wir sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung. Berufsbildung.